Heute probieren wir die Green Rubber Face Mask aus. Da sind auf jeden Fall so zwei Päckchen drin. Jetzt müssen wir die zwei Sachen in den Becher mischen. Grün, das glitzert noch. So, jetzt müssen wir das erstmal umrühren. Und ja, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt kommt das Pulver dazu. So. Jetzt nochmal alles gut vermischen. So, fertig. Und jetzt werde ich mal die Masse hier auf mein Gesicht auftragen. Wow, das ist richtig erfrischend kühl. Fertig. So, das Ganze lasse ich jetzt fünf Minuten einwirfen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, die geht so gut ab. So eine Maske hatte ich noch nie. Weil ihr kennt ja diese Pil-Auf-Masten. Wenn man die abmacht, tut es so weh. Fakt ist, das ist die beste Pil-Auf-Maske. Muah. So, das ist die beste Pil-Auf-Maske. So, das ist die beste Pil-Auf-Maske. So, das ist die beste Pil-Auf-Maske. Untertitelung des ZDF, 2020